Du hast einen ganz tollen Punkt angesprochen und zwar auf deiner Seite Routine, also immer wieder etwas machen, das Ganze anzugehen und wenn ich jetzt an unsere Gemeinsamkeiten denke, wie zum Beispiel die Schweizer Armee, das Militär, du als Offizier und ich als Berufsmilitär eine gewisse Zeit auch darin verbracht haben, ist ja das Thema Drill und Disziplin auch immer wieder ein großes Gebiet und trainieren oder eben den Drill zu haben, das bedeutet ja wirklich Sachen immer und immer und immer wieder zu üben, sodass der Geist oder der Verstand dann auch fähig ist, andere Dinge zu denken, währenddem der Körper etwas anderes ausübt. Das heißt, man hat in diesem Moment einen Automatismus trainiert, damit der Gedanke sich auf ein Problem und dessen Lösung konzentrieren kann. Jetzt die Meditation als solches klingt ja schon nicht für jedermann oder jede Frau gleich anziehend. Wie könntest du dir jetzt vorstellen, kann man sicherheitsverantwortlichen Sicherheitspersonen oder Leuten aus dem Sicherheitsgewerbe das Thema Fokus, Mindset so rüberbringen, dass es für die auch annehmbar ist? Hast du da schon Erfahrungen gemacht, speziell jetzt zum Beispiel mit Leuten, die aus dem Militär sind oder aus der Sicherheitsbranche? Ich war schon bei der Sicherheitsbranche, da waren wir bei Leuten, die halt direkt im Einsatz sind, dass die viel mehr Kontrolle haben, dass die eine viel bessere Präsenz haben, wenn sie halt am Arbeiten sind. Und das ist ein enormer Vorteil, weil ich dann eins zu eins halt vermitteln kann, es geht wirklich um die Wirkung, weil ein Tool soll ja eine Wirkung haben. Es geht bei der Meditation nicht um die Meditation selbst, sondern was daraus entsteht. Und ich habe mich darauf spezialisiert zu schauen, was bringt mir sehr schnell mehr Energie, mehr Klarheit, mehr Lebendigkeit. Und dann ist das ein hochdynamischer Prozess, den man da macht. Der macht Freude. Und Drill klingt ja immer so nach, oh, das ist mega anstrengend. Aber jeder, der ein Instrument spielt, der übt ja auch jeden Tag, weil er ein Interesse daran hat, weil er Freude daran hat. Also auch das geht ja über die Wiederholung. Und wenn jemand für die Sicherheit verantwortlich ist, Sicherheit ist ein so undankbares Thema, weil es ist ja noch nichts passiert. Und das ist so, das habe ich oft gehört, sei es in der Qualitätssicherung oder in der Armee. Wenn noch nichts passiert ist, besteht kein Handlungsbedarf. Und da hilft natürlich die Meditation, um innere Klarheit zu erreichen, um zu verstehen, wie muss ich es denn dem anderen kommunizieren, dass er es versteht. Und da gibt es ja so schöne Sätze wie, ich muss mal drüber kommunizieren. Und das auch schon, gerade kürzlich eine Ausgangslage, ich wusste, es ist ein schwieriges Gespräch. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das Gespräch führen soll, ohne dass ich den anderen angreife, in die Tonne trete und er dann auch für mich arbeitet. Oder mit mir arbeitet. Ergo musste ich da erstmal die Emotionen gehen lassen, die Gelassenheit steigern, habe ich meine Klarheit aufgebaut. Und dann war über die Intuition der Einfall da, wie ich vorgehen kann. Und das hat sich als perfektes Vorgehen herausgestellt. Und somit ist es für mich so die Ausgangslage, um sehr schwierige Situationen auf eine gute Art und Weise lösen zu können, wo man sonst nicht drauf kommt, weil die Ideen ausbleiben. Du, gibt es da, gibt es, das ist eine tolle Antwort, gibt es da so einen Lifehack, so einen Meditationshack, wenn man so schön sagt, wenn man jetzt einen Manager, der gestresst ist oder vielleicht eine Sicherheitsperson, könnte zum Beispiel auch mal ein Polizist sein, der im Ordnungsdienst ist, dann kommt ja meistens so der Röhrenblick, der Tunnelblick. Der eine fokussiert sich dann wirklich nur auf dieses Element, was dann wieder aufgemacht werden muss. Oder der Manager sollte sich konzentrieren, dass es auf den Punkt bringt, was er jetzt sagen muss. Gibt es da so einen Tipp von deiner Seite her, wie man kurz, einfach, schnell, hier gesagt, trainieren kann für ein Dummy, was Meditation angeht, was man den Leuten mit auf den Weg geben kann? Ja, das Allereinfachste, mach mal eine Sonnenmeditation, die dauert fünf Minuten, die ist für Kurzfälle gemacht und das andere ist vielleicht die weniger befriedigende Antwort, es gilt es, richtig zu lernen. Weil das ist wie so, ich erzähle vom Autofahren, dann fragt mich immer du, hast du mir einen Tipp, wie ich einfach so Autofahren kann? Ja, also, was soll ich jetzt sagen, leg mal den zweiten Gang ein, beim Einschalten solltest du den ersten Gang nicht drin haben, benutze die Kupplung richtig, beachte die Verkehrszeichen, vorgechillt, das gibt so viele Sachen beim Autofahren, wenn man es dann macht und wenn man es kann, dann kann man es entsprechend gut einsetzen. Die Meditation ist sehr, sehr ähnlich, nur weil wir ein Gehirn und ein Bewusstsein haben, heißt es noch lange nicht, dass wir wissen, wie damit umzugehen ist. Und ich sage das jetzt aus einem Erfahrungsschatz von über 10.000 Stunden Meditation und Self-Awareness-Training, ich habe am Anfang so viele Sachen falsch gemacht, weil es mir falsch vermittelt wurde. Und dann habe ich zwar Resultate, aber ich habe noch nicht das ganze Potenzial. Und deswegen, es ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, das mal sauber zu lernen, das gibt langfristig die größte Freiheit. Und dann kann ich auch sehr gut so kleine Sachen einweben. Um es kennenzulernen, wie gesagt, da genügen auch so kurze Sequenzen, aber wenn man dann richtig das Potenzial ausschöpfen möchte, dann empfehle ich das einmal sauber zu lernen. Ich finde, du hast das super erklärt, weil das Ganze ist ja auch bei dem Thema Führung oder Leadership dasselbe. Man muss wirklich den Durchhaltwillen haben, man muss die Muße haben, da reinzugehen, tief reinzugehen, uns immer und immer wieder zu wiederholen und das Ganze zu verstehen. Und je mehr, dass man das Gefühl hat, man hat es dann verstanden, desto mehr wird einem bewusst, da gibt es ja noch viel mehr, das ich nicht verstanden habe, was ich dann auch noch irgendwie mitberücksichtigen muss. So die schnelle Generation, gib mir mal schnell so einen Hack und ich kann das mal machen, kann vielleicht kurzfristig eine Lösung sein, das haben wir auch sehr viel in dem Sicherheitsmanagement, dass Unternehmen eine Problemlösung suchen oder eine Lösung fürs Problem suchen, damit sie den nächsten Schritt gehen können, damit sie einfach zum Beispiel das Projekt abschließen können, dass sie die Bewilligung bekommen, dass sie dieses Problem gelöst haben. Aber ganzheitlich ist da dann wirklich nichts vorhanden. Und deshalb finde ich diese Aussage von dir ganz toll, dass man da wirklich, wenn man es verstehen will und wirklich langfristig nachhaltig umsetzen möchte, dass man einfach reingehen muss ins Thema, dass man da Disziplin im gesunden Maße, im gesunden Verständnis aufbringen muss. Und dann kann man dann auch etwas daraus machen. Also den Fokus und die Geduld, die Muße zu haben, das zu verfolgen. Mit dem Aspekt natürlich dann auch, da haben wir so jetzt ein paar Mal den Mensch schon in den Mittelpunkt gestellt, ist ja so der Mensch als solches. Ob es jetzt im Leitbild ist, ob es in der Meditation ist und so weiter. Und wie siehst du denn das in deinem Thema jetzt Sicherheit oder aus der Lebensmitteltechnologie und diesem Wandel, den du gemacht hast, jetzt in die Selbstständigkeit, was die Menschlichkeit angeht? Das ist ein großes Wort. Wie beziehst du dich oder wie beziehst du das Thema in deine tägliche Arbeit ein? Abgesehen von der Meditation. Es geht eben um Wirkung. Wenn ich führe, dann gibt es einen schönen Satz, das ist von Rudolf Steiner, der heißt, man muss Menschen mögen. Und wenn ich Menschen nicht mag, dann gehört niemand in eine Führungsposition. Dann ist man maximal vielleicht ein Verwalter von Menschen, aber keine Führungsperson. Und um Menschen zu verstehen, gilt es sich Zeit zu nehmen, Menschen zu verstehen. Ich stelle oft fest, dass Führungspersonen eine enorme Klarheit haben, deswegen sind sie in der Führung und dann nicht nachvollziehen können, wie wenn sie jemandem etwas gesagt haben, dass der das nicht schnallt. Also, ich habe es bei mir schon erlebt, ich schaue die Situation an, in meinem Kopf mache es, und ich habe die Lösung, macht man so. Und der andere, der hat nicht mal Schritt 1 verstanden, von diesen 10 Schritten, die ich gemacht habe. Das heißt, ich als Führungsperson muss mir jetzt Zeit nehmen, zu schauen, wo steht mein Gegenüber, auch wenn das mehr Zeit braucht. Wo steht das Gegenüber? Was braucht das Gegenüber? Und ihn dann schrittweise dahin zu führen, und dass der Mensch die Aufgabe erledigen kann. Also eine Anleitung zum Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, ja. Und dafür braucht es Herz. Und Herz, das ist im Buddhismus, wir haben das auch das Mitgefühl, das ist nicht eine emotionale Angelegenheit, wo man ganz furchtbar viel fühlen muss, sondern wo man versteht, was der andere macht, versteht, was der andere denkt, und sich so mehr Zeit nehmen kann. Selbst wenn man die große Klarheit hat, zu sagen, okay, der Mensch, der braucht gleich eine halbe Stunde mehr, und dann sind wir am Ziel, aber bei der Person braucht es nur 5 Minuten. Ja, dass man es halt lebendig haltet, dass es nicht zu einer Regel wird, Führung geht 1, 2, 3, sondern man hat mit Menschen zu tun, die reagieren unterschiedlich. Und das kann ich nur aus der Präsenz machen. Das ist eine coole Sache. Vor allem, wenn du das jetzt erwähnst, mit Führung und die Person anzuleiten, da gibt man denen ja auch ein gewisses Sicherheitsgefühl oder vermittelt ihnen eine gewisse Sicherheit. Und Sicherheit ist ja eigentlich mannigfaltig oder allgemein gefasst ein großer Begriff. Was ja nahe liegt beim Sicherheitsgedanken oder bei der Unsicherheit, sind auch immer Risiko und Gefahren. Wie siehst du das jetzt zum Beispiel bei dir in der Selbstständigkeit? Wir haben ja hier im Podcast auch Unternehmer oder Selbstständige, oder auch Manager, die natürlich hier zuhören. Wenn du jetzt das Thema Risiko betrachtest, was bedeutet für dich in deinem Kontext Risiko und wie viel Risiko gehst du ein oder wo ist da eine Grenze für dich? Ich bin sehr für ein kalkuliertes Risiko, das man eingeht. Jetzt kommt der Ingenieur hervor. Jetzt kommt der Ingenieur hervor. Ich meine, Risiko ist immer dann, wenn ich nicht weiß, wie es rauskommt. Dann ist es Risiko. Ich bin in einer Situation, ich weiß, wie kommt es wirklich raus. Und hier braucht es einerseits die Intuition, aus meiner Sicht, um abschätzen zu können, wie viel bin ich jetzt bereit zu verlieren? Das ist ein unternehmerischer Grundsatz. Da habe ich damals kennengelernt von Dietmar Grichnick. Effectuation, wie Unternehmer denken, handeln, entscheiden. Und die sind konstant in Unsicherheit. Und die gehen jedes Risiko sehr kalkuliert ein. Da überlege ich mir, wie viel Geld bin ich bereit zu verlieren, um das herauszufinden. Wie viel Zeit will ich investieren, um herauszufinden, ob das funktioniert, wie man kaputt und wie viel Reputation. Und das ist für mich eine Risikoabschätzung, die mir sehr viel gebracht hat, um zu schauen, okay, wenn ich investiere, wenn ich neue Projekte angehe, wie viel bin ich bereit zu verlieren? Wenn ich innerlich eine hohe Gewissheit habe, dass es gut kommt, dann bin ich da einfach schneller unterwegs. Aber wie es halt ist als Selbstständiger oder als Unternehmer, man hat verschiedene Projekte und damit gibt es immer abzugleichen. Wo ist etwas, was mir Sicherheit gibt? Wie viel Sicherheit brauche ich? Weil jeder Mensch ist da anders strukturiert. Und wie viel Unsicherheit ertrage ich überhaupt? Mit wie viel Unsicherheit kann ich umgehen? Und das ist etwas, was es aus meiner Sicht auch langfristig zu lernen gilt, immer mehr Klarheit reinzubringen in der Reflexion, Reflexion, okay, was für ein Typ bin ich? Und dann kann ich viel einfacher mit neuen Situationen umgehen. Du hast jetzt schon ein paar Mal auch erwähnt, die Geschichte Mindset, Meditation und so weiter und das in sich hineinfühlen. Jetzt hast du den Ingenieur, den Wissenschaftler, wieder zum Vorschein kommen lassen. Und wenn wir jetzt sagen, entscheidet dann schlussendlich bei deinen Abwägungen zwischen Risiko und Chance, dann trotzdem das Bauchgefühl, wenn ich das so sagen darf? Trotzdem der meditative Aspekt oder ist es der analytische, der hier mehr zum Vorschein kommt, zum Zuge kommt? Ich habe früher oft den Fehler gemacht, nicht meiner Intuition zu vertrauen. Und im Verlauf der Zeit habe ich gelernt, das immer besser zu machen. Weil jeder Mensch hat innere Mechanismen, wie er am liebsten vertrauen kann. Das Ganze basiert dann noch auf den Überzeugungen, die ich habe. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was für Grundüberzeugungen habe ich. Weil wenn ich eine Grundüberzeugung habe, egal was ich entscheide, es kommt immer schief raus, dann wird das tendenziell sein, egal worauf ich höre. Wenn ich aber eine innere Grundhaltung habe von, egal wie ich mich entscheide, irgendwie kommt es immer gut, oder wenn ich mich mal entscheide, dann kommt es gut, dann ist das eine komplett andere Vorgehensweise. Also Intuition ist kein diffuses Bauchgefühl, das ist eines der größten Missverständnisse überhaupt. Intuition ist formloses Wissen. Und formloses Wissen ist, ich weiß es ohne eine klare mentale, also gedankliche Herleitung zu haben, sogar ohne ein Gefühl dafür zu haben. Das Bauchgefühl, das Bauchgefühl. Sekundär, das ist immer sekundär. Zuerst ist das formlose Wissen da, und es gibt Menschen, die haben das geschafft, irgendwie in ein Gefühl umzusetzen. Und wenn du jemanden fragst, wie machst du das, das konnte mir noch niemand erklären, der eine gute Intuition hat. Der sagt, ja, ich höre halt auf diese. Wie? Und wenn ich jemanden frage, der sagt, bei mir funktioniert das, indem ich das Gefühl in meinem Bauch höre, dann entscheide ich mich falsch, dann ist es eine Emotion. Und eine Emotion ist nicht Intuition. Emotion kommt aus dem Unterbewusstsein, Intuition kommt aus der Präsenz. Wenn du sehr ruhig bist innerlich, dann kannst du intuitiv wahrnehmen, was richtig ist. Und je länger du dieses Wissen in dir hast, dieses intuitive Wissen, desto mehr gibt es eine Transformation in Gedanken hinein, in Emotionen hinein. Das heißt, du weißt es vielleicht schon intuitiv, aber deine Gedanken sind so am Rotieren, dass du nicht darauf hören kannst oder willst. Und erst ein paar Tage später hast du für dich das Gefühl, du sagst, ach, ich habe so ein Gefühl, das. Bist du aber super klar, dann hast du das wesentlich früher. Und da ist wieder dann so der Tempo-Vorteil von Bewusstseins-Techniken. Wenn ich halt da direkt darauf zugreifen kann, brauche ich viel weniger Zeit für eine gute Entscheidung, weil ich viel schneller merke, na ja, das funktioniert gar nicht oder da bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist sehr interessant zu hören, weil gerade der Aspekt der Geschwindigkeit ja manchmal ist zum Beispiel bezüglich Sicherheit in Unternehmen ja die Sicherheit nicht immer die schnellste ist. Das heißt, man braucht einen gewissen Prozess, braucht eine gewisse Thematik, volles Verständnis dafür, das Bewusstsein dafür, die Kultur, die Struktur muss stimmen, das Budget muss stimmen, damit dann auch das Geld gesprochen wird. Aber jetzt gerade so die operative Geschichte, bei Sicherheitsleuten, die zum Beispiel draußen unterwegs sind, ob jetzt das Polizisten sind, wenn sie irgendwo hingehen, auf Streife oder im Ordnungsdienst oder wenn es eine Hausdurchsuchung gibt, dann haben ja genau die Leute dann auch so ein Gefühl und sagen, hey, irgendwas stimmt da nicht. Das kann einerseits natürlich aus der Erfahrung kommen, die man dann irgendwo mitbekommen hat, aber es kann auch so sein, dass irgendwie eine andere Ebene mit im Spiel ist und immer wenn man dann mit diesen Leuten redet, ist der Punkt wirklich der, dass ich draufgehört habe, hat mir dann dazu gebracht, dass ich dann wirklich der Gefahr ausweichen konnte. Irgendwas war da, dass man gesagt hat, pass auf oder mach das nicht. Und ich denke, wenn wir wieder vermehrt, ob jetzt als Manager oder Sicherheitsverantwortlicher oder welche Funktion wir auch immer haben, wenn wir wieder mehr lernen, auf dieses Gefühl zu hören, ob das jetzt aus dem meditativen Training kommt oder ob das jetzt aus dem Business kommt, ist eigentlich egal, aber wieder sich selbstbewusst zu sein und präsent zu sein. Das ist echt eine tolle Geschichte, die du hier aufgemacht hast. Und das ist ja auch das Ziel vom Ganzen. Ich habe ständig über Meditation und so gesprochen, aber es geht um diese Reflexion, es geht um das Resultat schlussendlich. Und wie du richtig sagst, es sind ja auch die Erfahrungen, die man macht. Also wenn ich mir Zeit nehme, über meine Verhaltensmuster nachzudenken, dann kann ich, wenn es wieder kommt, die Situation viel schneller darauf reagieren, weil ich kenne mich besser. Weil wir haben sogenannten somatischen Marker und die sagen relativ schnell, geben die ein Feedback, ah, hier stimmt etwas nicht so ganz, du musst heute etwas anders tun. Das geht nur, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Und das ist das Ziel vom Ganzen. Super. Ja, wir haben jetzt schon echt viel diskutiert und ich glaube, da können wir noch ein Stückchen weitergehen. Ich habe da schon noch eine oder zwei Fragen an dich, die mir jetzt so aufgepoppt sind. Und zwar geht die eine Frage in Richtung, du hast es gesagt, selbst das eigene Risikoverständnis, die eigene Risikothematik, wo hat man da eine Grenze oder nicht. Gab es schon mal einen Moment in deinem, ich sage jetzt nicht privaten, sondern wirklich beruflichen Kontext als Selbstständiger, wo du gesagt hast, da hätte ich mehr Risiko gehen sollen, da habe ich eine Chance verpasst? Es waren mal eine, ja, also ein klitzekleines Beispiel, ich habe mal einen öffentlichen Workshop ausgeschrieben und da hat dann sich nur eine Person angemeldet. Und da hat eine Person angemeldet. Und dann kam am gleichen Tag, kam eine Coaching-Anfrage rein von einer meiner Kundinnen und hat gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und dann habe ich in mir so eine Abwägung gemacht, ich habe gesagt, okay, jetzt kann ich da zum Workshop gehen, drei Stunden verbringen, Riesenaufwand für einen Menschen. Ich könnte schon sagen, sie soll auch dazu kommen, aber dann mache ich so wenig Umsatz, das ist doof. Und habe das abgesagt. Intuitiv kam ständig die Info, mach den Workshop. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Am nächsten Tag habe ich dann gehört, dass noch eine dritte Frau gekommen wäre, die hatte sich aber nicht angemeldet. und die hat einen Kongress organisiert und wollte da eigentlich wissen, ob man dem Karam Albascht, ob man dem vertrauen kann, dabei zu sein. Das heißt, ich habe da einen Riesenauftrag verpasst, weil ich nicht aufgetaucht bin, weil ich keine E-Mail von ihr hatte, konnte ich ihr auch nicht, weil ich sie nicht angemeldet hatte, konnte ich ihr nicht sagen, dass sie nicht kommen soll. Hätte ich gewusst, dass sie da ist, wäre ich natürlich gegangen. Das war so einer der Momente, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe nicht auf die innere Stimme gehört, auf dieses innere Gefühl, was im Moment da war. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden und die Quittung kam. Das war so einer der Momente, wo ich dann gemerkt habe, okay, also wenn die Intuition klar da ist, dann mache ich es, auch wenn ich es vom Verstand her nicht einordnen kann. Es gibt immer wieder Begebenheiten, die kann man so nicht kontrollieren. Und je mehr ich dem vertraue, desto einfacher wird es. Das ist echt eine tolle Aussage, da geht es genau auch hin, wenn wir gewisse Themen sehen, wie zum Beispiel Nachbesprechung von gewissen Einsätzen oder von gewissen Gegebenheiten, ob jetzt das juristischer Natur sind oder einfach nur beim Sport zum Beispiel auch, wenn man sagt, welche Strategie hat man gewählt, welchen Spielzug hat man gewählt, dass da irgendjemand sagt, zu diesem Zeitpunkt hat es einfach gestimmt oder zu diesem Zeitpunkt hätte ich so und so entscheiden sollen. Und die Erkenntnis, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man überhaupt nehmen kann, wenn man selbst reflektiert ist, dass man sagt, okay, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich höre auf meine Intuition und wie sie sich auch immer äußert, aber da ist was, was mir was sagen will. und dieser Moment, dass man den wahrnimmt und präsent ist und sagen kann, das kann ich auch annehmen. Das ist doch wirklich schon ein Thema Risiko, Chancen, Analyse, die nicht ganz so in der Matrix Platz hat, sondern irgendwo außerhalb von, wie würde unser Kollege, der Bruno sagen, jenseits der Logik. Interessanterweise, also mit allen Unternehmen, mit denen ich spreche, viele sagen mir, ich höre auf mein Bauchgefühl. Also egal, was für Entscheidungsbäume und Excelisten oder Spreadsheets da sind, bei ganz vielen Leuten ist am Schluss das Bauchgefühl und ich glaube, die erfolgreichen Leute haben gelernt, darauf zu vertrauen. Und es ist auch in der Führung so. Also wenn wir in der Führung irgendeine Situation haben, ob es jetzt beim Mitarbeiter ist, den wir direkt irgendwie denken, ah, irgendwie hätten wir da schon früher einen Schlussstrich ziehen sollen, man hat sich nicht getraut, man wollte es noch aussehen, man wollte noch eine Chance geben, aber irgendwie zieht es sich und zieht es sich nach und da gibt es ja noch einen Haufen andere Themen, vielleicht haben wir da mal ein anderes Mal Gelegenheit, darüber zu reden, so ein Lieblingsthema Motivation. Ja, sehr gerne. Du kennst ja da meine Position dazu. Wenn sie von innen kommt, ist es okay, wenn es von außen ist, bringt es nichts, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das kann ich so unterschreiben. Super. Kamen, wir sind da doch schon ein bisschen von der Zeit her fortgeschritten, das ist aber echt toll, was wir jetzt schon alles gehört haben von dir, was du machst, wie du damit umgehst, wie du Führungen verstehst, was du in der Sicherheit verstehst, mit dem Kontext natürlich auch von der Meditation her, aber wirklich die Themen Fokus, Mindset, dass man das ineinander vereinen kann, dass man, wenn man wirklich gut sein möchte, das auch trainieren muss, üben muss, sich da wirklich die Muße geben, dran zu bleiben, so wie ein Muskel trainiert wird. Ich kann ja auch nicht einmal sagen, ich gehe heute ins Fitnessstudio und erwarten, dass ich morgen aussehe wie Arnold Schwarzenegger. Dazu braucht es auch, also will ich ja nicht, aber würde mir vielleicht noch gut stehen, das ein oder andere Kilo ein bisschen weniger zu haben. Okay, da hat man nichts dagegen, aber sonst muss man da wirklich schon dranbleiben und auch wirklich diese Durststrecken oder diese Lernkurven, die man ja manchmal hat, wenn es hoch geht, auch auszuhalten. Wenn ich jetzt das Ganze so zusammenfasse, könnte man doch wirklich davon ausgehen, dass wir zwei, wenn wir unserem Publikum etwas mit auf den Weg geben wollen, sagen, dass in der heutigen Zeit, was Führung angeht, also das Thema Leadership oder auch Management, wenn man eine Organisation voranbringen möchte, dass da der Mensch als solches natürlich im Mittelpunkt steht, aber nicht nur auf dem Papier, sondern dass der Mensch als Individuum ein Teil vom Ganzen ist und dieses Kollektiv, dieses Gespür, das Miteinander auch nicht nur rational zu sehen, sondern auch an einer bewussten Emotionalen Ebene die Verbindung zu suchen und da voranzukommen, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, dass man sagen kann, okay, ich habe da eine Einstellung dazu, ich habe es analysiert, irgendwas stimmt nicht, ich suche den Kontakt, ich rede darüber, ich schaue es, wie es andere verstehen, verstehen sie es auch so, wie ich es haben möchte oder wie ich es sagen wollte, dass es rüberkommt, dass es ein Feedback holen zur anderen Seite und dann wirklich diesen Aspekt weiterzutragen, das heißt, den Fokus zu setzen für sich selbst und fürs Unternehmen, dass man nicht einmal links und einmal rechts geht und dann wieder die Richtung wechselt, sondern dranbleibt, hartnäckig. Du hast das mit Willensstärke bezeichnet, dass man da wirklich herangeht und sagt, hey, jetzt bleiben wir an diesem Ziel und wechseln nicht gleich die Strategie bei der ersten oder kleinen Welle, die uns da ein bisschen das Boot durchschüttelt. Orientierung ist natürlich schwierig, wenn man selbst nicht weiß, wo man hin will, wenn man selbst nicht weiß, wo man steht und ich habe dazu für dich zwei kleine Fragen und noch ein Statement, das ich bei dir einholen möchte zum Abschluss und zwar die erste Frage ist, wo geht es denn überhaupt mit dem Karim hin? Also der hat ja schon jetzt richtig viel durchgemacht, der hat seine wissenschaftliche Karriere abgeschlossen zum heutigen Moment, hat da sehr viel Tiefgang in der menschlichen Ebene vorgenommen, hat sehr viele neue Dinge an sich kennengelernt, das hast du jetzt glaube ich sieben Jahre oder acht Jahre schon gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe oder länger und was kommt denn jetzt als nächstes? Wo ist so dein Big Picture, wo ist deine Vision, wo geht es hin mit dem Karim? Das sind für mich zwei Ebenen, das eine ist also persönlich, wie du so gesagt hast, je mehr man weiß, desto mehr merken, dass man nichts weiß oder wenig weiß, also da ist das für mich noch viel Forschungsarbeit, was übrigens sehr wissenschaftlich auch ist, das funktioniert einfach und da wird es nicht hinterfragt, sondern wir machen sehr viel Forschung in dem Bereich. Das andere ist, ich möchte mehr Menschen diesen Zugang geben zu richtig guten Tools, damit sie mehr Klarheit haben, mehr Fokus haben, mehr Herz haben und so ihre Vorhaben besser umsetzen können, weil ich einfach sehe, dass es viele zwar gute Tools gibt auf dem Markt, aber noch nicht so das High-Performance-Set da ist, wie ich das kenne und oftmals wird Katzengold für echtes Gold verkauft oder verstanden und da möchte ich halt den Leuten wirklich einen Zugang geben zu echtem Gold, zu echter Präsenz, zu einfach, dass sie schneller vorwärts kommen. Das ist etwas, wo ich Programme am entwickeln bin, offline, aber auch viel auch online, weil ich da eine Riesenchance sehe, da Menschen richtig gut weiterhelfen zu können. Das ist ja wunderbar. Da müssen wir unbedingt in Kontakt bleiben, weil wir uns gegenseitig da beobachten, wie es weitergeht. Das ist doch so. Da bin ich gespannt drauf. Vielleicht können wir das eine oder andere ja auch mal miteinander gemeinsam angehen und nicht nur den Zuhörern hier, sondern auch den anderen, die außerhalb dieses Podcasts dabei sind, mal etwas mitgeben zu können, wie sie da ihre Ziele mit mehr Klarheit erreichen natürlich. Und die nächste Frage ist ein bisschen eine persönliche Frage natürlich. Karin, wenn du jetzt heute von dieser Welt gehen müsstest, was denkst du, was hinterlässt du dieser Welt? Was hast du als Hintermachenschaft dargelassen, wenn du gehen müsstest und wie würden die Leute dich beschreiben oder über dich reden? Da habe ich zum Glück ganz viele Testimonien, was die Leute über mich sagt. Kein Testimonial, Karl. Kein Testimonial. Ich kann nicht ausweichen. Was ich einfach hinterlassen möchte, ist, dass mehr Menschen diesen Zugang zu sich selbst bekommen haben, weil in jedem Menschen ist ein so unglaubliches Potenzial, ist so viel Menschlichkeit, so viel Schönheit, so viel Kraft ist vorhanden, die aber runterreguliert wird von Überzeugungen, die einen klein machen, die die Wertlosigkeit hervorheben, von Angst, Depressionen, so ganz vielen Emotionen und mein Wunsch ist es, dass wenn man dann mal über mich nachdenkt oder über mich spricht, dass es einer der Menschen war, der wirklich den Zugang geschafft hat, damit man sich innerlich befreien konnte von vielen Limitierungen und dass man das so geschafft hat, sich ein Leben aufzubauen, das wirklich so der eigenen Essenz, der eigenen DNA, dem eigenen Kern entspricht. Schön gesagt, schön gesagt. Hoffen wir, oder ich bin überzeugt, dass du das hinkriegst, vielleicht brauchst du noch ein bisschen dazu, vielleicht hast du es aber auch schon morgen. Ich bin noch jung, das ist dann erst noch nach Hause. Zum Glück wissen wir nicht, wann unsere Stunde geschlagen hat, von dem her gesehen können wir Tag für Tag daran arbeiten, das ist doch eine tolle Gelegenheit und wenn ich jetzt da reingehe und diese Frage gleich weiterführe zum Statement und zwar, ich möchte dich einfach diesen Satz kurz ohne Strichpunkt, ohne Gedankenstrich und ohne Komma zu beenden, den ich hier kurz vorlese und zwar, das Leben ist zu kurz, um nicht wahrhaftig zu leben. Besten Dank. Super, das war auch echt eine tolle Geschichte mit dir zusammen. Vielen Dank, ich habe mich auch gemacht mit dir, Toni. Danke dir, danke dir, ebenfalls ist es toll, wenn man solche Gäste hat, die auch mal einen anderen Perspektiven wechseln anstreben und auch vermitteln können, was dir ja ziemlich gut gelingt, was ich ja gehört habe. Wie erreicht man dich denn jetzt draußen in der Online-Welt, wenn man den Karim sucht, wie kann man da noch mehr von ihm hören, außer jetzt hier in diesem Podcast? Wenn du googelst meinen Namen, dann findest du meine Homepage karamalbas.com auf Facebook. Das ist so eines meiner Hauptkanäle, wo ich viel kommuniziere, wo ich auch gerne mal diskutiere. Sonst Xing, LinkedIn, das sind so die üblichen Verdächtigen, wo man mich findet. Super, dann hauen wir das ja unten dann auch noch in die Shownotes rein oder im Podcast oder auf YouTube, wo ihr das auch immer sehen werdet. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Wir sind fast auf einer Punktlandung und 60 Minuten stehen jetzt dann gleich bevor. Das heißt, wir haben 60 Minuten im Leben wirklich optimal und toll investieren können. Ich hoffe auch, dass die Teilnehmer das wirklich so zu schätzen wissen. Wenn sie dich suchen, finden sie dich, ob es jetzt die Meditation ist oder irgendein anderes Thema, was den Perspektivenwechsel angeht. In diesem Sinne, besten Dank, gute Zeit noch und viel Erfolg. Danke dir, Thorne, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.